Hier geht er noch weiter, hier siehst du. Oh, oh! Oh, dann mit Schwung hier. Ey, geh mal hoch, flieg mal so. Weil er halt nicht rund ist, weiß, was halt ein Kopf ist. Richtig. Schau, hier, Duncan Kante, siehst du? Richtig schön geklaut. Aber dann hat er immer ein gutes Spielmechanik geklaut. Oh, aber nicht gut umgesetzt. Äh, ja. Andere Richtung. Ey, geil. Oh, no. Oh, no. Äh. Äh. Du bist aber so gegen eine unsiegbare Wand geklaut. Ja, so, aber nicht gestorben. Ne. Okay, muss ich raten, so ungefähr, so vielleicht. Vielleicht so, so besser. Nein, hey, was ist denn da los? Weißt du, er fliegt genauso, wie lang der Pfeil ist, der Weiße, genauso. Und derzeit fliegt er in die Richtung und dann... Ja, und schon dann nichts mehr. Weißt du, es ist mehr wie Mario Golf jetzt hier so. Ein bisschen so wie Putten bei Mario Golf. Hey, willst du mich verarschen? Boah. Geil. Weißt du, wir haben vorhin immer so... Weißt du, vorhin noch das Minispiel gelobt hier so. Ja, richtig. Wir hatten Spaß dabei und jetzt ist ja wie alles vorbei. Weißt du, die hätten es bei einmal belassen sollen oder so. Ja. Dann wäre der Zauber nicht. Schau, jetzt schieße ich hier hin. Ja, so. Ja. Oh. Na toll. Das heißt, ich darf jetzt noch ein paar Mal so raten. Toll, du musst alles immer wieder neu machen. Ja. Oh. Nein, ich warte es. Ja. Geduld, ey. Es explodiert einfach die Kanone, dann bist du tot. Game over. Komplettes Level von neu. Dann raste ich aus, dann nehme ich das Spiel und werfe es weg. Oh. Oh. Ich hab jetzt nicht mehr gehört, ey. Ich werd versammelt weg. Was ist denn das? Guck mal. Es dreht sich nicht jetzt. War kein Hindernis. Da war nicht mehr was, was mich töten konnte. Krass. Ah, da. Wah. Oh, da. Wahnsinn. Nichts passiert. Oh, da unten rein. Ey, das ist so unspektakulär. Oh. Ey, das war offen. Weißt? Ja. Wenn es offen ist, dann... Oh. 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 Aber gut, einfach hier runter aufs nächste. Okay, wo muss man hin? Da. Ah, ich hab schon. Oh, ich rede so. Ui, 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 ui. Ey, da. Äh. Da runter. Ja, ich versuch's ja, aber die Dinger sind im Weg. Und jetzt? Oh no. Oh no. Das schaffst du nicht. Doch. Ey, wo bin ich? Feile, ey. Weißt du, man kann nicht woanders hin. Warum ein Pfeil? Es fühlt sich, kann ich mich nicht höher drehen als du. Das heißt, es muss so passen. Mhm. Oh, ich muss noch reinschießen in das Ding. Warte, warte, das schaff ich. Kein Thema. Peggel. Zack. Oh, und da runter. Oh, jawoll. Oh nein, nein, nein. Oh, da ist raus. Wer? Achso. Kanone. Ey, da oben schon mal ein Ziel. Oh, oben ist vorbei. Bitte lass es vorbei sein. Ja, das ganze Spiel jetzt auf einmal. Das war der letzte Boss. Ja. Oh nein. Es kommt noch mehr. Oh, Mann. Ey, wir haben eine gute Idee, dass wir gleich fünfmal machen. Ja. Ey. Oh. Warte, ich mach mit Bande. Das geht nicht. Wo bin ich? Ey, töte mich das? Nein, das ist einfach da. Einfach da und hässlich, so. Ja. Wie die schwarzen Steine, die neuen Gegner. Die sind einfach da. Ne, die gab schon mal die schwarzen Steine. Achso. Ey, ich mach jetzt voll Rampe. Boom. Ey, da muss ich reinrollen und die Bombe legen. Ist das eine Morphball, das nicht aktiviert. Ich bin Samus Aran. Voll gut. Bam. Oh. Ah, okay. Alles klar. Geil, unser Ego-Shooter. Mann und Warfare. Bam. Oh nein. Da hat das Spiel gedacht. So, ey, die lachen mich aus. Jetzt geb ich denen richtig. Schau jetzt einfach mal auf mich gucken an. Ne, es war... Es war gleich erst. Es war... Ne, 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 es war auch nicht. Doch? Ne, 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 ne. Ich hab mich dann durch die Wand durchgeschossen und hab gesagt, äh... Es sollte ein Metroid spielen. Ja, da. Die andere da unten war's. Die da. Das war die Böse. Die ist einfach verbuggt, so. Ich hab so Angst, da runterzufallen. Ich seh halt wieder gar nichts, weiß man. Die Kameras ja manuell nachjustieren, so halt. Und dabei nicht sterben. Scheiße, wir können nicht weiter. Warte, wir können gleich drauf wollen, wenn ich mich anstreng. Okay. Vollgas. Da rein. Nein, da hoch. Okay. Das kam mit kein Ladebildschirm, weißt? Vorher muss man nicht mal nur in die Nähe von dem Ding kommen. Scheiße, bitte Ende. Nicht nochmal. Oh Gott sei Dank. Endlich wieder ein Puppenhaus. Echt? Oh, endlich wieder mehr Scheiße und unsichtbare Plattformen. Und ne Rutsche. Hey, so gut. Oh. Oh. Du kannst ja gar nicht sterben. Doch. Also, ich kurz einfach ab. Ich spring das einfach runter. Schau mal. Mario Kart 64 Star. Pass auf. De, de. Geil, das geht wirklich. Ich will da runter, ich will da runter. Oh. Ich hab keine Ahnung, ob ich da hin muss, weiß. Oh, sogar sie weiß nicht, ob sie da hin muss. Dann wird's aber richtig. Sie packt voll ab, also. Scheiße. Oh mein Gott, das hat mich ge... Oh, oh. 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 Ich hab's nicht. Oh. Eben hier so zack. Mich da nochmal hoch. Ja. Hä? Vielleicht bin ich zu nah dran. Die Gaben haben wir halt so, weiß. Oh. 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 Oh, oh. Oh. ich musste abwehren oder was wir haben und mann muslimsverdäckchen so jahre Euro meldest den Armen Ampel am Vorhaben wird sagt Flaschen sammeln Healy ist die Niederlösung als Maschinenfüller wenn ein Blatt vom Feld runter weiss ja du bist einfach so runtergegangen weil du kein Bock mehr hast was wollen die ist was wollen die machen oh mein Gott scheiße die Ankerne das war gescriptet ich hab dir ein bei der Arme geschossen mach einfach wieder ab ey er meint meine kann jetzt eh überladen ooooh ne du kannst mich mal was ist eigentlich so voll Profimäßig muss ich mal hinter dir gehen und ihre Schrauben abknallen weil mit der Teekanne kein Thema kein Thema haha Thema oh mein Gott man auch Köpfe weiss was ist denn los was macht kein Boss gegen Mann und so nur nervende Räume die hat dann einfach ewig dauernd zum durchspielen nur vor allem habe ich kein viel Leben muss sagen wir mal gucken da wo ich bleib egal da war einfach der Ebenen einfach oh sag mal sag ich wollte abschießen dann habe ich hinten die Puppe getroffen aber das ist nicht uhr 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 das ist jetzt tun so springen uhr 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 Oh Gott, jetzt kann man sie nicht mehr aufhalten! Ah doch! Ich hätte das Spiel zugetraut, ganz ehrlich! So, keiner kann sie mehr aufhalten! Ist vorbei, ey! Ey, Köpfe zerschlagen! Cracks and Skulls! Oh Mann, wie lang geht denn das noch? Das soll jetzt am Ende sein! Ist das Kapitel 15 das letzte? Ja! Also Gruppenhaus war... Also es gibt noch ein Kapitel, aber das ist nur der Bosskampf anscheinend! Boah! Dann haben wir es ja bald! Ja, ja! Wenn das mal irgendwann Ende ist! Ja! Weißt du, bis zum Puppenhaus das Tutorial, dann dauert das Rest noch mal so lang dann! Oh, guck mal, es kommt hier! Oh, es sieht aus, wird es irgendwo! Ende! Nein, nein, nein! Oh, oh! Oh! Erstmal zu Lidl! Oh, ich glaub's! Kapitel Ende! Nee, es kommt immer mittendrin einmal! Nein, bitte nicht! Mittelpunkt, ey! Ey, das war grad zu viel! Das kennen wir doch schon! Ich spielte eine Rolle beim Untergang meiner Familie, aber ich habe das Feuer nicht ausgelöst! In Oxford wohnen keine Zentrauren! Was? Für dieser Doktor schon! Uuuuuh! Ich habe ihn gesehen! Ein stolzer Student! Jetzt erinnere ich mich an ihn! Dieser Schlüssel gehört zu Lissis Zimmer! Ah! Ich versteh nix! Der Schlüssel! Hast du jetzt alle Schlüssel? Ja! Der zu Lissis Zimmer war letzte! Ah! Das ist auch nicht immer sie! So, uuuuuh! Jetzt ergibt alles einen Sinn! Ja! Wollen sie da tiefgründig sein? Oh, immer noch! Oh! Hast du gesagt, das ist erst ein Mittelpunkt! Ne, Spaß! Aber es geht immer noch weiter danach! Oh! 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 Verstehst du das auch, warum ich kein Bock auf das Spiel hatte? Ja! Weißt du, da sind schon vier Parts zu viel! Richtig! Wie lange geht das denn jetzt schon? Ich weiß es nicht! Ist das jetzt der zehnte? Ne, ne neunte Part? Das ist ne, am zehnten ist gerade! Wir sind am zweiten von dem Pack wieder! Oh! Oh! Wir sind schon eine ganze Weile dran hier! Oh! Ich hab richtig Bock, ein richtig gutes Spiel zu spielen! Weißt? So, als Abwechslung so! So, hm! Jetzt spiele ich was Gutes! Oh! Wie lange geht dieses Spiel? Das ist Wahnsinn! Es nimmt kein Ende! Ne! Oh! Gegner! Geht weg! Komm! Geh einfach weg! Das muss doch mal enden! Das geht da oben jetzt! Weißt du, dann machen die so Gegner, die dich gar nicht mehr interessieren rein, ja? Ja, nur zum Teitschinden im Grunde! Ja! Und immer die gleichen langweiligen Gegner! Weil es am Anfang geben ist so cool, geil, so ein Babygesicht mit Ding! Oh! Mal schauen, was mich noch im Spiel erwartet! Ah! Noch mehr so Babygesichter! Was war denn da los? Was ist das mit der Tür? Oh! Ich seh gar nichts! Es ist voll dunkel! Oh! Oh! Wo kam ich? Voll da Angriff! Ey die kack Babyköpfe! Ich habe auch gesagt! Beide erwischt! Beide? Oh, richtig geil! Mach ihn mal klein, dann sieht es noch mehr! Geil! Weil es so ein bisschen, dass der Filter sich drüber legt! Ja! Dann sieht man ein bisschen besser! Voll gut! Und dann ist wir in den Eingang und dann ist das immer so ein Baby, was erhängt wurde! Einfach so! Ey! Oh! Geil! In der Flasche! er in erinnerung der jungen Flasche wenn er noch viel zu viel zu werden sonst er wird so oft er verlangte Dinge von mir die ich nicht tun die Schwester hier wurde vergewaltigt von dem Ding von dem Professor wahrscheinlich so richtig richtig gemeines Spielsreise Erinnerung von mich von keine Ahnung je nachdem wie in die Nacht nie je nachdem was du eines kriegst du entweder Dialoge Prozent die von der Familie geführt wurden im Doktor der Psychiater und voneinander ja richtig er hat ihm ein Symbol besser so Haus und Haus Symbol oh guck mal der Puppenmacher Handy Handboss glaub ich mal Standboss das ist ja geil er blutet er sabbert aus den Augen so Hunger weißt du wieso? hä? weil er erzählt das so und dann gleich sagt er so ich hab ja gar keinen Bock drauf oh hast dich beinahe von deinem engsten Streit du hättest geheilt werden können und vergessen die Erinnerung an meine Familie aufgeben ja sie sind weißt warum ist die der Komplize von dem Typ ja weil die durchgedreht ist Crack genommen hat oder so keine Ahnung so ne Cracknotice du Blutsaugende Palazin der Missbrauch Missbrauch achso guck mal das ist der Typ der 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 die Frau abgefuckert hat genau der Psychiater und darum das Leid das er den Kindern in seiner Psychiatrie zufügt darum gehts gerade darum hängen auch die ganzen Kinder hier rum weil er einmal den Shake hat oder was wahrscheinlich und darum sagt er da haben die Puppenmacher gesagt du bist nicht verrückt genug ja das heißt die ist voll normal eigentlich aber die denkt die wer versucht weil sie zu denen gehören will und weil er sie halt verrückt macht sozusagen rätst den ein voll tiefgründig wahrscheinlich voll der krasse Shit Serious Business ist das ich werde ihn aufpassen und wenn es das letzte ist ey wir werden Zug aufhalten hier Superman hält einfach Zug auf ja was du wünschst soll geschehen was macht ihr jetzt mit Alice ey jetzt bist du ne Puppe du bist verloren und wo dein Körper ist wird auch dein Geist hingenommen vielleicht ist er schon da the fuck richtiger Shit du läufst als Popo rum ey als Popo? Puppe achso als Popo von Dragon Ball Popo wo war das nochmal? der schwarze das mega schwarze Klischee aber mit dicken roten Lippen ey mit dicken roten Lippen ey mit korohl Lippen weißt du ey wir haben ja was geschafft wir sind im Moment die